Wasserstoffantrieb für LKWs. Die Zukunft hat hier an der Hochschule Esslingen schon begonnen. Professor Dr. Ralf Wörner aus der Fakultät Wirtschaft und Technik arbeitet mit am Reallabor Heilix B. Hier wird eine Erprobung von Wasserstoff-LKWs im Raum Stuttgart durchgeführt. Im Projekt zeigt sich nunmehr immer deutlicher, dass der Wasserstoffbetrieb eine zukunftsweisende Technologie für LKWs ist. In der Studie im Heilix B. Labor geht es praxisnah um eine Umrüstung von Logistikflotten auf wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-LKW. In welchen Dimensionen könnte sich zukünftig die Nachfrage nach grünem Wasserstoff bewegen? Wasserstoff ist einer der vielen Energieträger, die wir in unserer näheren Zukunft zwingend benötigen. Sein Vorteil besteht in der hohen Energiedichte, der guten Transportierbarkeit und den mittelfristig geringen Kosten, die im Wettbewerb zu fossilen Energieträgern standhalten können. Er ist emissionsfrei. Bericht zum Wasserstoffbrennzellenprojekt Heilix B. jetzt im ZDF bei Frontal 21 zu sehen. Den Link findet ihr hier rechts oben. Weitere Infos zu Prof. Dr. Ralf Wörner, dem Projekt Heilix B. und unseren zukunftsweisenden Studiengängen findet ihr unten in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.